Konfigurierere Felddaten komplettiert. Yeah, oh, oh, ne Sternschnuppe. Ich hab hier so'n Pilz im normalen Bio umgefunden. Was ist das? Du bist ein Pilz. Kommst du mal bitte her? Ich hab hier eine Kiste gefunden und die sieht nicht aus wie eine normale Kiste. Und ich hab einen Teal Mushroom gefunden. Gebrauchte, um türkisen Farbstoff zu machen. Cool, ich kann Farbe machen. Naja, stimmt. Äh, rote, rotes Team. Komm wieder. Oh, hier. Oh Gott, ich hör'n Wurm, ich hör'n Wurm, ich hör'n Wurm. Böser Wurm. Guck mal, siehst du die Kiste rechts? Das ist meine, ne? Warte mal, die letzte Kiste hast du bekommen, gell? Ja, ja. Nee, die letzte Kiste hast du bekommen. Ah, 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 ah. Wir haben gesagt, die nächste Kiste, oder? Die nächste Kiste, oder? Nein, die letzte hab' ich bekommen. Nein. Ja, egal, wir gucken einfach später nach. Auf jeden Fall gehört die mir. Ist egal, schauen wir später nach und die Kiste ist ja, ist ja nicht so schlecht. Ah, Gott, dieser Wurm. Verdammte Scheiße. Brauchst du schon mal das Eisen ab? Und natürlich, ich will kurz den Wurm auch noch schnell die Kiste. Was ist das für eine Kiste? So eine hab' ich noch nie gesehen. Die gab's früher auch nicht, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Weg ist sie. Äh, jo. Ich geh da mal abbauen. Geh mal weg. Dein Vogel, geh da mal weg. Du stehst im Weg. Wir wollen alle da rauf. Ja, geh mal weg hier. Okay, okay, ich nehm' mir nen anderen Weg. Das find' ich gut. Gab'se! Ein Schnorchel. Wow, das ist so eine Schrottkiste, ne? Hier sind 40 Wurfmesser drin, ne? Lass mich mal reinschauen. 40 Wurfmesser und ein Schnorchel. Lass mich reinschauen. Ah, ich kann dich ertrinken. Like a boss. Wieso nicht? Pfff. Guck doch. Guck. What the fuck? Geil, gell? Das war ne Kiste drin. Ja, Mann, in wem... Was ist das für eine Kiste? Eine Waterchest. Eine Wasserkiste? Eine Waterchest, genau. Du kannst... Waterchest. Ja, klackert nicht Englisch. Komm doch an, wie behindert sich eine Person, dass eine Person ausspricht. Alter, ich seh da links an meinem Bildschirmrand, ganz viele Skelette. Und da ist Gold. Und ganz viele Spinnenweben nehmen die mit, die brauchen wir für Betten. Bau die ab in ein Schwert. Ich hab Angst vor der Höhle. Das sind feilscheiß viele Spinnenweben. I. Ja, die Spinnenweben abbauen. Oh, scheiß viele. Also für ich, wie ich gehört hab, haben wir... Ich hab irgendwie auch so ein bisschen Schiss langsam vor Spinnenweben, weil, äh... Hier stand ja mal im Ladebildschirm, kreiere Spinnenhöhlen, deswegen hab ich so ein bisschen so Bammel. Äh, ich bin grad mitten in deiner Spinnen... Ah ja, ich komm hier raus. Ha. Ich war ganz ruhig, dass... Hast du wirklich sicher, dass das eine Spinnenhöhle ist? Was? Wirklich sicher, dass das... Das ist eine Spinnenhöhle, das merkst du selber. Hast du schon eine Spinnen gesehen? Nein. Wahrscheinlich ist da nachher so ein Spinnen-Boss oder so dran, oder so eine riesen-Ultra-Spinne. Scheiße, oder? Ich... Ich... Ich hasse Spinnen. Ich hab ne Spinnenphobie, alter. Wenn ich... Ich hasse Spinnen, ich hasse... Ich hasse jegliche Art von Spinnen. Okay, die ganz kleinen, die gehen dann nachher, aber so große, fette Spinnen. Naja, das... Das schaut... Ich hab ne richtige... Ich hab ne richtige... Ich hab ne so spinnig aus, bisher. Ja, geht. Ähm... Ja, sieht wirklich nicht spinnig aus. Ich dachte, das wär... Na, oben schaut's nicht spinnig aus. Wo? Oh, mir sind da die ganzen Spinnenweben, die hab ich nur abgebaut. Öh! Oh, das war einfach nur ne riesen Spinnenweben-Ader, gibt's auch. Verdammte Scheiße! Komm hier nicht hoch! Nein! Da! Wie er mich freuen wollte, wenn du selber was verdrückt. Du bist ein elendiger Lacker. Hab ich dir das schonmal gesagt? Ja? Ja, jetzt... Ich, ich hätt das ja lassen sollen, unter das, dann wärst du da hingekommen und schon rein. Ja, das hättest du unterlassen sollen. Aber dann hätten wir wieder unser ganzes Geld verloren, also es wär dann auch dämlich gewesen. Ne, ich hab's, er hätt's gehabt. Weil du weißt schon, wir brauchen nachher richtig viel Geld. Ja, schon, schon, glaube ich da. Okay, wahrscheinlich wärst du dann so dämlich und bist selber noch, du wärst selber noch in ne andere Falle gelaufen. Ich hab noch mehr Geld. Digga, fünf Kupfermünzen, ey. Ich, ich sag's dir. Pfff. Wow, was ist das für ne neue Höhlenart? Diamantenhöhle. Warte auf mich, warte auf mich. Komm rein, das ist ne... Da, wo ich stehe, da wird's zu ner Diamantenhöhle. Ja, warte, hier ist viel Gold. Gold ist richtig wertvoll, Junge. What the fuck? Gold ist ultra wertvoll. Warte auf mich. Alter, da ist ein alter Zauberer. Was? Wenn du das in der Aufnahme siehst, du wirst lachen. Wenn du jetzt das gefunden hast, was ich denke, dann frage ich mich, what the fuck? Komm her. Weil, äh, warte. Das brauchst du in deiner Aufnahme. Ja, tschür kurz, ich komm gleich. Nein, nein, ein toter Wikinger will mich grad killen. Ich komm dabei nicht mehr weg und ich bin grad auf meiner, ähm, auf meinen Enterhahn. Warte, warte, warte. Warte, das muss ich mir reinziehen. Aber erst muss ich das Gold abbauen, das du vorhin nicht abgebaut hast. Nein, ich muss das Gold sehen. Äh, ich muss das Gold abbauen. Nein, du kommst jetzt her, weil ich geh jetzt gleich. Ich lass das wieder. Ja, okay, warte. Okay, so, ich hab's Gold abgebaut, jetzt komm ich. Okay. So, wo bist denn du? Also, Leute, wir können hier mal ne Fackel platzieren, ne? Wo bist du denn, Alter? Wie weit bist du vorgelaufen? Komm da, komm da. Ah, ja, ich steck jetzt in nem Wasserloch fest. Wirst du's auch ruhig mal zumachen können, ne? So, jetzt. Das ist so geil. Schau's dir an. What the... Nein! What the fuck? Äh, ich frag ihn gerade, ist es geil. Alter, what the fuck, what the fuck? Ist es geil oder ist es geil? Das ist mega geil. Äh, kannst du mir mal verraten, wo wir hier sind? Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich auch nicht. Ach, wir sind in der Eishöhle. Guck mal den Hintergrund an. Das hat ne Wikingerhöhle. Wow, 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 ich rutsche hier runter. What the fuck? Hier ist ne Heisfledermaus. Nein. What the fuck? Alter, die hat einfach mal eiskalt 40 Leben. Was geht denn bei der ab, ey? Ey, du nimmst das nie das Erz mit. Ich die behindert, ey. Ich die behindert. Nein, warum kommt die wieder zu mir? Mir geht's gut. Ey, hast du die gesehen? Die war mal, die war mal richtig riesig. Die Fledermaus, die war grad ultra riesig. Boah, ich rutsche. Schönen wir mal kurz, ich rutsche. Ey, wie wär's mal, wenn du noch das ganze Erz abbaust und so, wo wir finden? Boah, jo, du bist richtig, du bist ein richtiger Lacker. Echt unglaublich, was du für ein Glück hast. Baut du doch die Sachen ab, weil ich komm da oben nicht ran. Vollhorst, Alter. Ah! Ähm... Ja. Ähm... Ja, das solltest du dir vielleicht mal angucken. Was sind das für Monster? Das sind deine Mutterviecher. Ein Spiked Ice Slime. Und, äh, das andere ist ein Snowflinx. Was auch immer. Warte mal, warte mal. What the fuck? Warte mal, warte mal. Warte, ich muss hier... Ich seh nichts. Hallo. Wie geht's euch denn so? Boah, die schießen. Die schießen. Also, Jungs, wie geht's euch denn so? Äh, jo. Boah, jo, Alter. Ich häng hier nur ab. Ah, du bist tot. Ich hasse Fledermäute. Habe ich dir schon mal gesagt? Ich hasse Fledermäute. Nö, nicht wirklich. Das sag ich dir jetzt. So, wir sind dieses Mal... Pam, 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 pam. Äh, kommst du wieder? Ja, klar komm ich. Was? Jo, Alter. Was ist denn die Frage? Oh, der TS, der leckt wirklich, ey. Schau, ich bin schon fast da. Ich tüte hier gerade die Slimes mit den Wurfmessern. Boah, jo, Alter. Richtig heftig. Ich bin da. Äh. Nein, 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 nein. Ich hasse die scheiß Viecher, ganz ehrlich. Boah, wie viele das sind? Warte, ich helfe dir. Einfach mal Eiskalt, drei Stück. Sind weg. DTF. Komm, wir gehen hier lang. Alter, aber wie geil das ist. Da kommt winterliche Stimmung auf, irgendwie. Ja, Mann, Alter. Voll den Gletscher hier, ey. Der nehmt mich mit. Voll der Gletscher, ey. Oh, da oben ist Erz. Warte mal, da oben ist irgendein Erz. Was ist das hier unter mir? Das ist ein komischer Gnom. Was ist das denn für ein Viech? Alter. Ich hasse dich, Enterhaken. Nein, 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 nein. Warum hast du denn Enterhaken? Enterhaken ist geil. Er geht ab, Alter. Ich weiß, ich weiß, der ist richtig cool, aber er... Tü, tü. Macht trotzdem dumme Sachen manchmal. All diese komischen Viecher, die halten so viel aus. Das ist so krank. Was ist das denn, Alter? Ich mein, was ist da los hier? Das ist einfach nur crazy, Mann. What's going on? This is crazy. Nein! Ich bin runtergerutscht. Ich bin runtergerutscht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Nein, da kommt so ein komischer Wikinger. Nein! Wikinger. Da kommt so ein komischer Wikinger. Ja, da steht Viking. Da denke ich, das ist ein Wikinger. Was soll ich denn da sonst denken, Alter? Wikinger habe ich verstanden. Wikinger? Ja. Ach so, deshalb hast du so behindert gelacht. Boah, yo, Alter. Haben wir oben noch irgendwelche Blöcke zum Bauen? Okay, ich muss sagen, Eishöhlen... Eishöhlen sind nötlich. Habe ich ab heute beschlossen. Sind was? Ja, und die Bildshöhlen sind cool. Äh, da war aber nicht viel los. Deswegen bleib mir lieber mal eine Eishöhle. Wenn ich sie gefunden würde... Ah, ich hab sie gefunden. Du musst nach rechts gehen, du Vollhorst. Nicht nach links. Ah! Wie ich immer fast wieder runterfliege. Panik, Panik, Panik. Soll ich mal die Eishöhle fluten? Ah! Was hast du gemacht? Was war das für ein komisches Skelett? Was hast du denn gemacht? Das war so ein komischer Wrestlerskelett. Schau das da, das debackt mich gerade. Bist du denn? Ach, wo ist denn ein Grabstein? Ja. Das ist dein Geld, ja? Gefällt er dir? Ah, jo, das ist dein Geld. Drei Silbermünzen. Wow. Pfeile, verdammte Scheiße. Pfeile. Oh Gott, das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Oh Gott, ich lebe. Meine Fresse, die Viecher. Die Viecher halten so viel aus. Ich rette dich. Ne, warte, will man. Oh nein, nicht wieder ein Wurm. Och ne. Ja, okay, jetzt haben wir ein bisschen Spaß mit dem... Äh, ich hänge fest. Diese scheiß Fledermäuse, ganz ehrlich. Was machen die? Wow, Fledermausig sein. Die Piranha ist noch recht schwach, das ist gut. Alter! Boah, dieser Wurm, ne? Dieser Wurm, Alter, der geht mir so auf die Nerven. Was ist denn das für ein Slime? Ach, das ist ein Schwabsschleim. Wow, ich rutsche runter. Ich bin runtergerutscht. Nein! Nein! Ich rutsche durch die Gegend, ey. Ich nicht, weißt du wieso? Wow! Wow! Das geht voll ab, Alter, ihr rutscht durch. Wui! Ey, weißt du was, was wir unseren Boden machen? Aus Eis, Alter. Unseren Hausboden. Ja, Mann, Alter. Überleg mal, wenn wir das abgeben, wenn wir unser Hausboden aus Eis machen. Ich meine, da können wir runterrutschen, wie die Behinderten. Oh, mein Gott, hier ist ein komisch, behinderter Wikinger. Das steht an der Viking. Untoter Wikinger. Ich weiß, das ist das Fisch, das mich davor geholt hat. Das meine ich... Ah, lol, lol, lol. Dankeschön. Du hast eine Falle ausgelöst. Man sollte vielleicht nicht springen auf Eis, habe ich gerade gemerkt. Da kommt wieder... Ja, genau, deswegen... Da kommt der Wikinger an, ich kann nichts dagegen machen. Wie op, ist das? Eis bricht ein, wenn du runter... Äh, wenn du... Wenn du... Wenn du... Bin fast tot, ne? Alter, ich hätte gerade sieben HP. Verdammte Scheiße. Schaffst du schon. Ähm, du darfst auf Eis nicht rumjumpen, das bricht ein, ne? Bohoho, ich bin gerade zu hoch gekommen. Äh, kommst du? Ich komm nicht mehr raus. Lieber herrlpmovie, wie, du kommst nicht mehr raus, du hast einen scheiß Enterhaken, Alter. Ah, ja, ja. Ich hab gesagt, man darf auf Eis nicht springen. Du kannst dich auch nicht rankrappeln an das Eis, ne? Grappel dich doch hier an den Berg bei mir. Hast du den eigentlich in einem Slot ausgerüttet? Ah, ne, du hast den auf einer Taste, ne? Junge, was machst du? Jetzt, geht doch. Achtung, jetzt. Du musst übel aufpassen, Mann. Oh Gott, das ist... Oh Gott, da kommt ne fette Fledermaus, da kommt ne fette Eis-Fledermaus. Oh, doch. Nein, geweckt, du fette Fledermaus. Oh Gott, Alter. Ich hab sie. Das ist... Das ist von nicht deinem Ernst. Nein. Ich glaub, du magst Eis nicht. Mich verarschen. Boah, Junge, du bist so dumm, ne? Alter, bist du... Du bist so... Okay, pass auf. Grappel dich hier hoch. Grappel dich hier hoch. Schnell! Wie jetzt? Grappel dich dann ran. Ah, gut, gut. Und jetzt? Danke. Das ist nicht dein Ernst. Ich weiß es nicht. Oh, Herz, 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 Herz. Oh, oh. Deins. Deins, deins, deins. Alles klar. Du magst irgendwie auf dem Eis rumzupfen. Wie hört man das nochmal? Bittzacke. Ah, ja, super. Hallo, ich seh nichts. Sorry. Nicht auf dem Eis rumzupfen, weil ich hab da ne Fackeln gemacht. Jetzt haben wir 140. Also früher war 400 das Maximale. Ich weiß nicht, was jetzt das Maximale ist, aber egal. Lalalala. Und hier oben ist noch Eisen. Oh, und da ist Gold. Aua. Oh Gott, komischer Wikinger. Komischer. Ah, der kann ja springen. Der kann ja springen. Ja, der hat mich davor fast geowned. Der hat dich von geowned. Nein, die Fledermas geht zu mir. Ich kenn sie. Bam. Okay, die Fledermas sind nicht schlimm. Langsam so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Die sind so riesig. Wow, ich hab mir grad mit meinem Enterhacken durch die Fülle. Ich bräuchte ein paar... Oh, meine Nase läuft. Lalalala. Es ist richtig kalt. Wie ist es kalt? Gold, äh, sorry, äh, Holz abgebaut. Aber wo kalt ist? Es ist schon wieder Herbst. Es ist schon wieder arschkalt draußen. Was soll eigentlich bei dir die Heizung an, Mann? Weißt du was? Weißt du was? Ich mach die Heizung an. Da kommt der Zwerg. Warte mal. Oh, okay, soviel zu dem Mal hatte die Heizung nicht dann. Also ich hab meine Heizung an. Es ist echt schön wieder kalt, Leute. So Herbst, ja. Jetzt geht's ja langsam wieder auf den Winter zu. Das passt ja hier, dass wir mal eine Eishöhle sind, oder? Was meinst du? Ja, ich hab hier nämlich so einen richtig geilen kleinen, ähm, Ofen. Das ist richtig geil. Und das ist coole. Echt jetzt? Ja, ja. Und übrigens haben die, äh, Publisher von Terraria, also das ist, äh, Relogic, die haben ein schönes Event eingebaut. Und zwar kannst du in... Du kannst im, ähm, an Weihnachten kannst du so... Ah, wie heißen das? Das sind so Geschenke, die werden von Monstern gedroppt. Ich glaub an allen Weihnachts-, äh, in allen vier Wochen, wo Weihnachtsfeiertage sind, irgendwie so. Äh, Advent eben. Und, äh, die werden von Monstern gedroppt und die kannst du dann finden. Da kannst du zum Beispiel so eine Schneeglobe finden, wo so einen, ähm, in Swabischen Fröser so, wo du so eine Schneemann-Armee rufen kannst, die dir dein Haus angreift und so eine Scheiße. Nur die Schneemann-Armee, die ist echt Hardcore, äh, Niveau. Also, ach du Scheiße. Okay, was hältst du davon, wenn wir hierbleiben? Äh, ja. Das ist dein Tod. Ah! Nein! 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 Ich lebe! Alter! Du hast dein Herz verloren. Da liegt dein Herz. Das ist so mies, weil du, ja, ich weiß. Das ist extrem mies. Weißt du warum? Weil wenn du nämlich, äh, runterfällst, dann ist es das Miese, dass du einfach mal eiskalt, so Dingens. Äh, aah! Das, das, das mach ich auch immer. Nein, dass du so, 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 äh, hier, dass du wegrutschst, sobald du angegriffen wirst. Du wirst, das sind sozusagen weg, äh, Sprachfehler, sozusagen weggehauen. Und das Miese ist an dem Eis, äh, du rutscht auf dem Eis dann und ich bin runtergerutscht und bin runtergeflogen. Ich stand nämlich auf Eis drauf, weil der ganze Boden ist rutschig in eine Eiswelle. Ich hab mir versehentlich mit meinen Entehaken mitten in die Fledermäuse rein teleportiert. Ja, ich hab's gesehen. Und dann roh... Nein, das sind wieder das scheiß... Genome. Ich hasse... Wikinger, was noch immer. Nein, es ist Fledermäuse. Mongos. Ah! Ich bin durchs Eis gekracht. Aber nur ein Mongo. Äh, das ist wieder scheiß Fledermäuse. Oh, leike Boss, hast du's gesehen? Oh Gott. Lü, hab ich dich grad gekehlt? Äh, waren wir hier unten schon? Ich glaub nicht. Naaaaaah! Null! Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ich seh nix. Juhu! Rein da, rein da, rein da. Eine Eiskiste. Ey, warte, 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 warte. Okay, rein da. Äh! Meine... Oder deine Kiste? Wem gehört die Kiste? Warte, was da drin? Ich will's mal sehen. Warte, bevor du's rausnimmst. Ich will's sehen. Warte! LP Movie, ich will's sehen. Ja, okay, hier. Was ist das denn? Ice Skates? Ja. Mobilität auf Eis. Ich will's sehen. Und es gibt Nahkampf. Und es gibt den Nahkampf-Tempo. Lol, hammergeil. Lass mich. Ähm, by the way, kann ich einen von diesen Heiltränken haben? Nimm du. Das fände ich extrem sozial von dir. Oh! Lol, was hab ich jetzt abgebaut? Ich hab grad irgendwas abgebaut. Ich weiß aber nicht was. Hast du's? Okay. Äh... Du gibst einen Hohlenforscher-Trank, einen Jager-Trank, eine Ice-Torch, eine Goldmünze. Ja, ich hab's gesehen. Heiltrank und Wurfmesser. Was sind diese... Für deine Zuschauer... Oh Gott! Ich hab Eis-Gelts. Lass mich verarschen. Ich... Alter, wie der fliegt! What the fuck? Warum fliegt der so? Ich hab Eis-Gelts. Ich will ja nix sagen, aber ich hab Eis-Gelts. Ich kann jetzt perfekt auf Eis rennen. Nein! 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 Nein, 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 hilf mir, hilf mir, hilf mir, verdammte Scheiße. Epi-Movie, hilf mir. Hilf mir! Ah! Ich sauf gleich ab. Ich sauf gleich ab. Mach's das Eis weg. Mach's auch das scheiß Eis weg. Okay, forgets. Hab ich's richtig gemacht. Warum baust du's mit Tanks-Nor? Regt sich auf, dass er abkratzt und ja. Äh, darfst du mir mal verraten, warum du das mit... Mit... Mit Erz-Zug. Ich hab's nichts Besseres. Mit Zillen hast du's sogar... Okay. Jaja. Oh, aber ich hab ein Herz daneben noch gefunden. Das ist wieder meins. Neben der Holzhütte wär ein Herz. Ich setz mal die Water Chest hier hin. Boah, ich brauch fucken. Das sind noch welche so Eis-Torches oder so. Da hab ich nämlich auch noch ein paar. Ich glaub, fünf Stück hab ich dann noch. Nicht mehr viel, mein Freund. Oh, das ist... Erstmal rips, ne? Das will ich gar nicht. Okay, die zwei. Boah, yo. Ich find die Musik irgendwie geil. Die hat sich so Magic an. Magic Moment. Magic Moment. Ja. Boah, ich rutsche. Boah, okay. Das war ne extrem miese Falle. Auf Eis. Ne Falle, ne Druckplatte geplantet für ne Falle, ne? An, aber an der Ecke eines Berges. Das heißt, wenn du runterrutschst, krachst du auf die Druckplatte drauf. Das war richtig miesig. Ich war um ein... Ich war... Ich bin zwei Felder daneben gekracht. Ja, die hab ich auch. Das sind die, wo ich in unser Haus geplantet hab. Die aus Eis. Ah, ich hab... Äh, Eis geht's. Das ist richtig geil. Jetzt... Ich kann mich nicht mehr einbrechen. Die machen dich schneller auf Eis, gell? Ne, ich kann... Ich kann es nicht mehr einbrechen. Laber. Laber? Ja, die haben ja... Hat er gesagt, das macht dich mobiler auf Eis. Es gibt sogar eingefrorene... Es gibt sogar eingefrorene Urnen. Oh Gott, das wär mein Tod gewesen. Ich wär beinahe wieder runtergerutscht, ne? Ich jetzt auch grad. Also, wie ich gerutsche, das ist nicht mehr normal. Weeeeee. Eigentlich wär's ja, ähm... Fast so, als wenn du die Eisgates nötiger brauchst als dich. Aber da fällt man nicht mehr in Eis rein. Ja, nö. Ja, du fällst auf den Eis rein. Ich nicht so. Aber ich rutsche übel. Tschuuu. Wuhuhu. Das ist so geil. Wie man hierhin so nur rutschen kann. Ich find das so göttlich. Bin hier unten in der NLP-Movie. Wee, hallo. Ich hab noch die Kisten abbauen. Und hier ein paar Eistorches. Was ist hier, die blaue Kiste abgebaut? Nicht, gell? Ja klar, jetzt grad. Waa! Ey, da ist noch... Da ist noch ein Herz und das sind zwei Kisten. Wo denn? Nein! Alter, wär da kein Spinnennetz gewesen, wenn ich jetzt gestorben, ne? Nein! 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 Oh mein Gott, wie weit geht's hier runter? Hilfe! Ich bin grad im Spinnennetz drin. Hilfe! Longe, wie weit geht's hier runter? Ich seh dich nicht mal mehr. Hilfe! Mach irgendwie Licht. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst, ne? Hilfe! 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 Warte mal, ich brauch Licht! 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 Boah, Junge! Nein! Ich bin oben. Alles wird gut. Nein, 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 nein. Nichts gut, nichts gut. Warte! Eine Kiste gehört dir, eine mir. Welche hast du genommen? Welche hast du genommen? Moment, ich kann's mir in Ruhe anschauen. Nein, nix angucken, welche Kiste du nimmst. Ich gebe Eisblät. Ah, okay, ich nehm die erste Kiste. Ihr seht's in der Aufnahme, ich nehm die erste Kiste. Nein! Du nimmst nicht einfach irgendeine, sonst nimmst du dir die bessere, das ist unfair. Nein, die erste, die ich angeschaut habe, nehm ich mir. Ja, ja, ist klar, jetzt nimmst du dir wahrscheinlich die mit dem Eisblade. Ne, hab ich nicht. Ich hab mir die extra nicht genommen. Ich hab mir die Kiste mit den Boots genommen, aber kann ich beide Boots anhaben? Ah ja, kann ich. Was für Boots? Ja, du kannst die einen bei Accessoires reinmachen und die anderen bei den Gens, bei Rüstung. Ja, kommt drauf an, was für welche sind. Manche sind Accessoires-Schuhe und manche sind normale Schuhe. Soll ich die in die Ice-Skater oder soll ich den reinmachen, die Ice-Skater? Kannst du die bei beiden reinmachen? Oh mein Gott! Ne, nur bei Rüstung. Hilfe! Ja, dann mach die bei Rüstung rein. Der Träger kann laufen, super schnell. Dann gib mir aber deine Rüstungsschuhe. Oh mein Gott, ich wäre beinahe wieder durchs Wasser, äh, durchs Wasser gebrochen. Ne, 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 ich hab die andere Kiste gar nicht angerührt. Ah! Äh. Alter, so viele Ice-Dorges, die ich mal finde. Hier, die Kiste. Nein! Hilf mir her! Hilf mir! Happy Boots, hilf mir! Wie denn? Weiß nicht. Keine Ahnung, irgendwas. Alter, das sind zwei Herzen. Äh, Luft! Ich krieg dir was, gell? Luft! Luft, 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 Luft. Ich habe Luft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Luft, ich sehe aber nichts. Äh, ich hab jetzt, glaub ich, ein Herz genommen, oder? Ja, dann nimmst du dir das andere. Ich krieg, ne, ich krieg das nächste. 160. Achso, hab ich auch 160. Ja, okay, dann krieg ich das nächste. Dann kannst du das nächste jetzt schon nehmen. Brauchst du das? Ja, dann, ich krieg das nächste. Alles klar. Die eine Kiste hab ich nicht angerührt. Ja, wie baue ich mich jetzt runter? Ne Idee? Warte, warte, die Hälfte, ja, kein Problem. Ich rutsche hier, Alter, ich muss übel aufpassen. Nein, da kommen wir zum Behinderten Gnom. Ah, okay. Ah! Alter, nein, 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 nein. Ja, holen halt noch in mich rein. Du bist ein Voll... Junge, ich hab voll wenig Leben. Er hofft, er hofft, er in mich reinzuhauen. Boah, Junge, ich glaube, du bist tot. Kann ich mich reinhauen? Hä? Du hast den Gegner in mich reingehauen. Achso, sorry. Hä, welche Kiste hast du jetzt genommen? Ja, die, die leer... Alter, was ist das denn für ein Schwert? Jetzt hast du das geile Schwert. What the fuck? Ich bin stolz. Ich hab Domino-Pfeile? Oh, Gott sei Dank, ich hab wieder Pfeile. Kriegst du mein Schwert? Nein. Ich kann ihm eine Pfeile geben, das ist kein Problem. Doch, du nimmst mein Schwert, da nimmst. Du kriegst es, ich schenk's dir. Warte, nimm eine Pfeile, ich hab ein... Und was ist mit den Erzen? Ja, weil du... Flammenpfeile. Alter, wie geil ist das? What the fuck? Nimm... Nimm die Flammenpfeile. Wie? Oh, geil. Finde ich gut. In der Eishöhle ist es, glaube ich, recht nützlich. Warte, ich hab... Oh, ho, 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 ho. War das das Schwert, oder wie? Ja, Mann! War das... Ist das das Schwert? Ja! Guck, warte, warte, warte. Hä? Naja, mein Fuhfragen ist immer noch geiler. Ja, dann ist OP. Aber das... Alter, das Schwert, das gab's früher nicht, ne? Allgemein die ganzen Eishöhlen hier gab's früher nicht. Und die ganzen Monster hier. Die Chests ab. Ähm, ich fänd's vorteilhaft, wenn wir wieder hier hochgehen, weil, äh, ich glaub nicht, dass wir... Jetzt hab ich ja auch schnellere Bootsen. ...durchs Wasser irgendwie so... Echt? Ja. Ich glaub nicht, dass es so gut ist, wenn wir hier, äh, durchs Wasser durchgehen. Deswegen mehr ich dafür, wenn wir hier links rumgehen. Ich hab's ja einfach bei Ausrüstung reingemacht. Ich mag das Schwert irgendwie. Weißt du, was ist, Marc? Kannst drei mal raten. Dein Boomerang. Ja, den auch. Scheiße, Mann! Was mach ich jetzt? Ach du Scheiße, Alter. Aaaaaah! Oh mein Gott, Alter. Was ist das denn hier? Nein! Nicht mehr runtergerutscht. Schon wieder. Nein, 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 nein! Ich hab mal meinen Boomerang runter. Oh, 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 oh. Ich hab 157 Leben, Alter. Ich schau dir mein Leben an. Boyo, du hast grad mal die Hälfte. Weniger sogar. Äh, hast du irgendwie so ein paar Blöcke zum Hochbauen, so? Nur so ne Frage. Echt so ein bisschen sexy. Nein, 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 nein. Nein, komm mal hoch. Nein, der B-Bubi. Habe ich Blöcke zum Hochbau und ich will da nichts sagen. Artillerie, Feuer. Wie wäre es, wenn wir erst mal hier lang gehen, weil hier sind noch übertrieben viele. Ja genau, bauen wir das Erz ab. Bauen wir doch das Erz ab. Wo, Herz? Du hast dich da gerade dran gegrappelt. Guck mal hier oben links. Hä? Da. Und jetzt ein bisschen über dir. Das ist doch das Erz. Siehst du es nicht? Hier. Das Erz. Also ich habe wahrscheinlich das Erz. Und guck mal. Ja und guck mal, hier ist Gold. Hier ist Gold. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Ich feier das Gold hier, Alter. Weil Gold ist fast so gut die Dämoner. Leute, hier ist gerade ein Eiszapfen auf dem Schneeblock gewachsen. Stell mal vor, du würdest durch die Zapfen Damage nehmen. Ich glaube, dann wären wir schon 100 Millionen mal gestorben. Ich will gar nicht wissen, wie oft wir denn schon gestorben wären, ey. Ach du Scheiße. Überleg mal, Alter. Oh Gott. Hau ab, du Scheiße. Kommt unser Freund. Ja, da kommt unser Freund, die Fledermau. Maus. Hallo. Hallo. Das ist schon so ein episch Moment. Nein, ich habe keine Fackeln mehr. Hast du nur eine Fackel? Bitte sag mir, dass du nur eine Fackel hast. Ja, ich habe noch genug Fackeln. Kannst du mir ein paar geben? Ah, diese Scheiß-Fledermäuse. Ich habe nur noch drei Leben. Ich bin gleich dort. Dann komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, Fledermaus. Ich habe auch keine Sachen zum... Ja, okay, ich habe ein paar Heilen. Das ist nichts zum Heilen. Das ist doch ein Scheiß-Goldfisch. Ja, die heilen ja nur 100 HP, ne? Ja, ja. Hast du nichts zum Heilen? Nein, die sind nur bei Heilen. Gib mir mal ein paar Fackeln. Ich habe keine Fackeln mehr. Oder ich habe eigentlich eine unendliche Lampe. Hallo? Ich meine, was geht? Ich habe eine Knarre. Die hat zwar keine Muni mehr. Wir sind eine unendliche Lampe, ne? Wow. Oh, Leute. Hier sind Amethysten. Die kann ich haben für... Da kann ich mir später auch für den Grappling-Hook machen. Yeah. Oh, warte. Hier sind noch mehr. Gerolmo. Was machst denn du, Alter? Dein Vollhorst. Scheiße, da kommen Viecher. Tschüss. Guck mal, das sind so Pilze. Siehst du die? Nee. Ah, doch. Ich glaube, das sind Wasserpilze. Ha. Wer hätte es gedacht. Boah, yo, Alter. Boah, Alter. Wie diese Viecher rumfliegen, ne? Ist das so krank. Warte mal. Leute, das ist eine Statue. Das ist eine Pilz-Statue. Hä? Ja, Mann. Hallo, Pilz-Königreich oder so. Pilz-Statue. Ah. Habt ihn. Ich hab ihn zuerst. Hä? Ah, siehst du. Oh, nein. Was ist der Gno? Nein. Wir haben beide Fernkampfwaffen. Die kommen da nicht her. Bam. Boah. Das Eis-Schwert eigentlich nicht. Hast du es gerade gesehen? Hast du es gerade gesehen? Ja. Diese Stelle blende ich in Zeitlupe noch ein, Alter. Du hast ihn weggehauen und in die Luft dann noch mein Eis-Schwert-Schuss. Bamm. Und den Netz zerfetzt in der Luft, Alter. Das war OP. Oh, oh. So, der rutscht erstmal komplett runter. Ist das Eis-Schwert eigentlich unendlich? Ja. Alle Waffen sind unendlich. Na, was ist das Eis-Schwert?